hallo und herzlich willkommen zu pubg mobile mit den dragonfly und wir springen da ganz hinten raus mal gucken wie es läuft können wir gerade abspringen können wir stürzflug nach unten machen werden aber viele rausgehen ja die machen einfach weg so wem viel geld bräuch ähm und das hinten rausziehen jetzt raus und go ich schaust straight nach unten ich guck gerade nach unten ah fuck, der überholt mich, wieso überholt der mich? guckst du ganz nach unten? ja, ach du warst halt 15 meter sind wir auseinander kleiner auf dem dach auf welchem dach? ich wollte eigentlich auf dem dach landen, aber ich bin aber hier auf dem dach nein, nein, ich bin da nicht mehr lol, 3er nirg rotflinte, egal rump ich wieder einen weg, wie gestern dach energie crowbar noch eine pistole bist du im gleichen Haus? ja, glaube ich, ja komm jetzt hoch ah, ich hab die um P komm mit runter komm mit runter komm mit runter komm mit runter fisch warst du schon hier im haus, oder was? nein, hier warst du schon oh scheiße schaden nee, da nicht einer helme wenigstens eine schrotflinte warte du bist du ausgehauen? warte ach, du gehst ins andere Haus ja, ich loote hier alles ja, ich loote hier alles, soweit ich komme wechsel die Waffe ak ak ist besser ah, ich hab UMP und shotgun ich hab UMP und ak sind bestimmt welche ok, zack hab ich hier einer oh, jetzt krieg ich Schaden ich hab Schaden gekriegt hier ist irgendwie keiner, ne? hier ist eine M16 wo? hier in meinem Haus brauch ich nee hier drin noch ne M16 hier im 16 hier drin noch ne M16 hier M16 hier M16 da war aber Munition für hä? da komm ja wir sind in der Zone drin, ne? na, da rum können wir hier looten ja, so leicht halb dann ein Vierfachscope wenn ihr natürlich werdet dann warte, mach ich noch mal ne NAD Drink dann warte, mach ich noch mal ne NAD Drink dann haben wir Probleme und ein Pain Killer hier ist noch ne AKM hier ist noch ne AKM AKM hier oben AKM ja, tausche ich gegen links das ist ein Mini-M14 ne M14, ne? ein iPars ja na 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 Hallo? Du bist gegenüber, Maus, ne? Mhm. Ich hab ja auch keinen, ne? Ich hab ja auch keinen. Hier ist aufs Kopf. Ich schieße jetzt auf dich. Hier ist noch ne Acker. Ja, hab ich. Ich hab Munition für die Acker. Ich geh ins Nachbarhaus rein, ich geh oben aufs Dach, guck mal rüber. Okay, ich seh nichts. Hier ist einer. Ich bin das. Ja, okay. Dann seien das welche in die Zone reinkommen, ne? Hier ist eine AKM, wenn du brauchst. AKM und M416, M16-4. Ja, das habe ich denn hier gerade, Munition aufgehoben, ne? Dieses automatische Aufheben ist manchmal nicht so toll. Ich bin das gut. Lass mal in die Richtung Osten, Nordosten gehen. SE oder was? NE. Okay. Ja, wir müssen aufpassen, ne? Warte mal, sei mal ruhig. Ne, war nicht. Oder die Schritte irritieren voll, ey. Komm, Häuser mitnehmen. Fürs 8-Kit. Hä? Energy-Bandage. Ja, die Tür macht da nicht auf, ja. Boah, geil, ich hab'n Dreierhelm. Nimm auch Smokes mit und so. Ich nehm' die nebenher zu haben. Glaub ich paar Mal immer in denselben Raum. Munition hab' ich genug. Gut. Äh, können jetzt mal Gegner kommen? Gleich werden wir abgewollert mit nem Headshot. Ne, Headshot nicht. Bei mir nicht. Ich hab' Dreierhelm. Oh, Schüsse. Oh, das ist. Ist hier in der Nähe, ne? Du siehst die Schritte auf der Karte, ne? Äh, das kommt aus, äh, Westen, Nordwesten. Siehst du die roten Fußspuren oben auf der Karte? Ja. Da wird geschossen. Der ist hier. Ganz in der Nähe. Komm, wir schleichen uns an. Das muss irgendwo im Haus sein. Ne, da gegenüber sind die. Ja, hier im Nordwesten. Komm. Komm, wir holen uns die. Das muss aber vier sein, ne? Hä? Das müssen aber vier sein. Ja, weil zwei gegen zwei, ne? Ja. Ja. Die werden bestimmt von... Die müssen ja hierher kommen. Das ist ja nix mehr. Die müssen auf jeden Fall hierher kommen. Ich bin hier auf der Straße. Guck hier. SKS ist hier drin. Warte, nehme ich. Ich sehe einen. Wo? Wo ist denn der? Hab einen. Da ist der andere auch. Ich weiß, ich muss nachlanden. Wo denn? Beide. Sind sie tot? Oder sind die noch da? Nein, nein, beide tot. Ich weiß nicht, ob da noch wer ist, ne? Die liegen da. Aber wir müssen auch los, ne? Da drüben. Da kommt dann das los. Wo ist die looten? Ja, looten können wir noch. Wir müssen auch über die Brücke wahrscheinlich. Und dann ein bisschen ein Auto suchen. Da ist ein anderer Tod. Den Killer 1. Hat ja gar nix. Okay, wir sind fertig. Er hatte nichts. Scheiße, wir haben kein Auto, ne? Wir müssen auf jeden Fall über die Brücke hier, ne? Warte mal, hier gibt es auch Boote, ne? Oh, fuck, ey. Munition hatte der Thief. Sieht nicht gut aus. Ist auf jeden Fall über die Brücke. Oh, ja, aber wir müssen weit, ne? Kein Auto? Nee, ich habe keins gesehen. Dann mal los. Wir haben nur noch eine Minute Zeit. Wir müssen uns unbedingt ein Auto besorgen. Wenn du ein Auto hast, dann hol mich ab. Ja. Hast du Kill? Kill? Nein. Ja. Ich weiß nicht, ob da noch einer war, ne? Weil da lag nur ein Rucksack. Oh, nee. Die Waffen, Alter. 30 Sekunden noch, ey. Das schaffen wir nicht. Doch, schaffen wir. Ich suche jetzt ein Auto. Müssen wir voll Gas geben, jetzt, wenn wir ein Auto haben. Ey, muss hier auch keine Autos stehen, ey. Irgendwo in der Garage müssen ein Auto stehen. Oh, oh. Sieht nicht gut aus. Irgendwo ein Auto, oder was? Scheiße, jetzt sind wir am Arsch. Zone kommt. Ich gehe jetzt hier in die Zone rein, in Richtung Zone. Gerade schräg raus. Boah, die Zone ist doch weit. Ja, werden wir eh nicht schaffen. Wir brauchen nur ein dreckiges, verschissenes Auto. Oh, fuck, die Zone ist voll schnell, Alter. Ich habe einen Quad. Ich habe einen Quad. Okay. Motorrad, Motorrad. Komm mal schräg rüber. Ja, ich hole dich ab. Fahr nach links. Komm hier. Warte. Ja. Du bist drauf? Ja. Oh nein. Nein. Nicht durch. Ja, ich bin ruhig. Ja, jetzt haben wir verkackt. Äh, Schätze. Komm steigen, da hinten war noch ein Auto. Da ist ein Auto. Das mag ich, komm schnell. Äh. Ja, das schaffen wir. Die Zone tickt noch nicht so schnell. Nee. Ach, nicht. Aber wir müssen über den Berg fahren. War ja typisch, ne? Wir finden was und dann auf einmal setzen wir es fest. Komm. Ist es drinne? Ja. Okay, ich fahre. Ich gucke mich. Ich muss mich heilen dann. Oh, scheiße. Wir müssen über den Hügel, ne? Da kommen wir doch gar nicht hoch. Ah, links. Verlängst dann vorbei, oder? Nee, links, meinst du? Oh, oh. Soll ich versuchen, da aufzufahren? Nee, das schaffen wir nicht. Oh, scheiße. Links dran vorbei. Äh, nein. Na hoch, dann. Gewiesen. Nein, links, 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 links. Fahr, fahr, fahr. Oh, fahr mit Gummi. Hier hoch, oder? Ja, gerade schräg rüber. Dann sind wir auch gleich in der Zorn. Oh, komm. Kann ich ihn? Oh, komm. Fahr. Während der Fahrt kann ich nichts nehmen. Okay, ja, wir heilen uns gleich. Nein. Ja, fahr, 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 fahr. Wollen wir gleich durchfahren in die nächste Zone? Nee, erstmals nehmen. Ein Schuss und wir sind tot. Ja, okay. Du kannst dich auch draufheilen, ne? Ach so. Geht ja auch. Aber du darfst nicht fahren. Das heilt noch mehr. Hä? Das heilt mehr als 75. Energy und Dings. Sogar Energy nehmen und, ähm, Painkiller wenn du hast. Ja, Painkiller nehme ich jetzt. Äh, jetzt kannst du wieder fahren. Warte, ich heil mich gerade. Das geht gar nicht. Ich kann mich nicht weiter heilen. Das heilt jetzt nicht. Mach mal irgendwo eine Martierung, wo wir heilen können. Irgendwo ins Haus rein. Ja, am besten... dahin. Oh, nee. Voll den Bomben zuhören, oder? Ich werde da hin, da sind Häuser. Wo? Okay. Auto links. Wo? Nee, Flugzeug. Das ist ein Supply Drop. Oh, nein! Hast du Schaden gekriegt? Nein. Gut. Hey, Speedboost, chill. Speed. Super Speed. Wir sind in der Zone, ne? Nee, ne? Oh Gott, fliech schnell! Wie ist der denn fertig? Noch 700 Meter, 500 Meter jetzt. Gleich noch. Nein! Ich werde noch was. Warte, sehe ich die Markierung. Das ist... Das ist da, da vorne, wo die Häuser sind. Da ist einer! Ich habe ihn gekillt! Mit einem Headshot! Nice, nice! Egal, wir fahren weiter. Ja, wir fahren weiter. Nice, schön! Ich habe den gar nicht getroffen, eigentlich. Ich habe den mit einem Headshot gekillt. Halt! In die Häuser! Ins große Haus, würde ich sagen. Ja, ich auch. Pass auf, hier können welche sein, ne? Mhm. Ich gehe aber hoch, wenn es geht. Na, hier können wir nicht hoch. Doch, kann man. Pass auf, hier können welche sein, ne? Lass jeder eine Ecke nehmen. Wenn die ums Haus schleichen, sehen wir die ja. Während der Fahrt ein Headshot, alter. Also gut! Ja, gut gezielt, ne? Das siehst du in meiner Aufnahme. Dann wird es dann gleich morgen hoch? Das geilste, ich habe das voll drauf. Gleich morgen, ne? Hä? Ja, klar. Das lade ich auch hoch, auch wenn wir jetzt sterben. Nee, egal. Ja, aber gleich morgen auch hochladen, ne? Ja, klar. Ich leite das nachher noch hoch. Da ist einer! Oh! Oh, Piz! Gekilled? Ja, klar! Oder nur gedowned. Nein, geht es da einfach so. Da blinkt er, ne? Oh, Auto! Motorrad! So, ne kommt. Guck jetzt hier, die kommen bestimmt jetzt von hier alle. Ah, das war bestimmt sein Teamkollege, den du einen Headshot gedrückt hast. Während der Fahrt Headshot, ey. Ja, gut, ich knall die so ab, weil ich einen 4er-Scope habe, deswegen. Lass mal her. Was habe ich für einen Scope? War ja, ne? Oder ist da ein Pfeil nach oben, Quota? 4, 6 drunter? Oh. Ein 4er. Ja. Und dann hast du einen 4er. Da brauche ich nämlich auch. Komm, put, 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 put. Die andere Seite? Ja, wir müssen immer hin und her gucken. Ich schätze mal, die kommen auch von da irgendwo. Wir sind eh wieder... Ah, wir müssen in die Toner. Egal, wir haben noch eine Minute. Am besten gleich wieder ein Haus suchen und... Aber das Auto steht gut. Weil manche Leute, die kein Auto haben, laufen da hin. Oh, ein geiler Auto. Und dann werden sie weggeballert. Ja. Ähm, gut, John? Ja, sie... Aber Zone oder was? Wir haben noch 55 Sekunden. Ich würde sagen, ja, das ist langsam. Aber die Zone ist nicht weit weg, also... Hingehen oder fahren? Fahren. Ja, los. Drauf? Jo. Drück jetzt noch jemanden in den Headshot. Wohin? Äh, markier mal. Wollen wir gleich hier vorne in die Häuser, oder was? Äh, ja, die sind ja drin. Dann haben wir gleich hier. Vielleicht sind hier welche. Nein, ich habe Speedboot. Ich kann nicht bremsen. Ist egal. Keinen Schaden gekriegt. Ne, hier war keiner. Er sieht auch nicht so aus. Er ist eine M16. Ja, gut, komm, komm, komm hoch, komm hoch. Ne, aber guten Ausblick. Wo geht man denn hoch? Boah, hier vorne, wo ich bin. Hier. Ich habe die Treppe voll übersehen. Wären wir alle Seiten im Blick. Das ist ein Camper-Spiel. Nein, ein Stück Leben noch. Geil, der Loot-Drop. Guck mal, drüben auf dem Dach. Der landet genau auf dem Dach. Da steht... Ne, da steht... Doch, da steht einer. Was ist der denn? Ja, habe ich. Der ist im Haus. Der will sich den Loot-Drop holen. Kriegt er aber nicht, weil ich ihn abknalle. Da ist noch einer, bestimmt. Wo? Ne, glaube ich nicht. Scheiße, der muss da... Ich würde den pushen, aber ich habe Angst, dass da noch einer steht. Kommt hierher. Unten, hier unten. Nein, 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 ich bin hier. Wo bist denn du gestorben? Ja. Nein. Mhm. Und in mein Haus. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, jemanden bauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein bisschen campen. Ich bin genau in der Zone. Okay. 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 Okay.